Ja, schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video. Heute geht es um einen Erfahrungsbericht, um meinen Erfahrungsbericht mit meinem E-Bike, dem Highbike Esturo Tracking 3.0. Das ist die 2020er Variante, die ich mir im April 2021 gekauft habe, im Rahmen der Pandemie quasi. Und ich bin rund 2000 Kilometer mit dem E-Bike gefahren und habe mir überlegt, der eine oder andere fragt auch schon danach, wie ich denn mit dem Highbike zufrieden bin, mache ich einfach mal ein Video. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Ihr wisst oder wer meine Videos zumindest regelmäßig sieht, in der Regel mache ich so E-Bike Touren zwischen 30 und 60 Kilometern. Wenn es mal eine Radreise ist, die in diesem Jahr zum Glück vermehrt auch auf dem Plan steht, dann sind es auch schon mal mehr. Und das ist so die Range. Vielleicht ein paar Fakten zum E-Bike selbst. Ich habe mich für die 500er Akku-Version damals entschieden, war völlig neu und wusste gar nicht, was ist das 400, 500. Und auch wenn man natürlich, das wissen wir heute auch, fragt, wie ist die Reichweite, dann ist das von vielen Faktoren abhängig. Und ich glaube, es wäre unseriös zu sagen, ich schaffe jetzt 100 Kilometer 80. Nein, es hängt davon ab, wie ist das Profil, wie oft, wie ist die Intensität, wie man die Unterstützung halt benötigt. Grundsätzlich würde ich sagen, oder in den technischen Daten ist angegeben, bis zu 150 Kilometer. Ja, im ganz flachen Streckenprofil, nur im Eco-Modus kann ich mir das sogar vorstellen. Vielleicht teste ich das sogar mal irgendwann. Aber das ist so die Range. Also ich glaube, mit dem 500er Akku bin ich für meine Touren eigentlich perfekt ausgestattet. Ich habe den Bosch Motor Performance Line 3.0. Das heißt, das ist die dritte Generation. Eine Shimano-Schaltung habe ich und das E-Bike wiegt knapp 24 Kilogramm und darf ein Gesamtgewicht von 130 entsprechend aufladen. Drehmoment vom Motor ist 60 Newtonmeter. Da war mir das damals noch gar nicht bewusst, was das bedeutet. 60, 70, 50 und ich habe dann immer in meinen Recherchen gelesen, dass es mindestens 60 sein sollte. Rückblickend würde ich sagen, ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit. Mehr geht immer. Glaube ich, wenn ich dann höhere oder viel mehr Touren umsetzen würde mit einem höheren Höhenprofil, dann machen 70 vielleicht sogar mehr Sinn. Aber bin da völlig zufrieden. Ja, meine Erfahrung. Was war positiv, was war negativ? Also vielleicht erst mal so allgemein. Das Rad fährt super. Ich hatte vorher ein Mountainbike und war da auch schon sehr zufrieden. Und als ich dann umswitchte, dachte ich nur, selbst ohne Unterstützung fährt das wirklich sehr, sehr leicht und habe mich extrem gefreut, dass das so gut funktioniert. Ich finde die Griffe extrem angenehm während der Fahrt. Das heißt, ich stütze mich gerne mal entsprechend oben auf diesen Griff drauf und die sind sehr schön ergonomisch geformt. Und das gefällt mir super. Also der Lenker ist wirklich sehr, sehr gut. Außer durch diese Wölbung habe ich wenig Fläche, die sehr gerade ist. Das heißt also, wenn ich mein SP Connect muss ich schon sehr nah an den Bremsen beziehungsweise sehr nah an der Motorschaltung entsprechend justieren, damit das noch gerade ist. Also das ist so ein kleines Manko, wenn man das so sagen darf. Die 10-Gang-Schaltung ist für mich völlig ausreichend. Ob 7 oder 10, glaube ich, ist überhaupt kein Unterschied. Zumindest für mich nicht. Die Scheibenbremsen funktionieren super. Habe sie bisher noch nicht tauschen müssen. Ich hatte ja vor zwei Monaten eine Inspektion. Die waren noch sehr, sehr gut. Da hat also alles mit funktioniert. Und auch mit dem Akku hatte ich eigentlich keine Probleme. Eigentlich in der Form. Die funktionieren super. Aber das einzige Manko ist der Schlüssel. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob ihr ähnliche Probleme mit diesen Akkus habt. Ich nehme an, das sind ja Standard-Akkus. Und zwar, oder ich habe ein Montagsgerät, was das angeht. Wenn ich den Schlüssel reinstecke, dann habe ich extrem viele Probleme gehabt, überhaupt nicht mehr reinzukommen mit dem Schlüssel. Habe dann entsprechend Schmiermittel und was man da alles rein sprüht gemacht. Habe es dann auch bei der Inspektion nochmal moniert. Seitdem klappt es ein bisschen besser. Aber es ist immer noch nicht so Schlüssel rein, Schlüssel raus. Ne, da ist irgendwie so ein Widerhaken, hätte ich bereits gesagt. Irgendwas klemmt da, hakt da. Das ist das Einzige, wo ich sage, das ist so ein bisschen, naja. Was ich ebenfalls sehr gut finde, ist die Gepäckeinheit. Hinten, wo ich meine Taschen habe. Ich war auch, als wir an der Mosel waren, mit zwei Taschen unterwegs. Das ist sehr robust, das ist sehr, sehr gut. Also das ist wirklich eine hohe Qualität. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Auch ansonsten, muss ich sagen, was Federung angeht, bin ich sehr, sehr froh, mich für das Gerät, für das Fahrrad entschieden zu haben. Obwohl ich ja absoluter Neuling war. Keine Fahrer, keine Erfahrungswerte und super. Ich habe noch keine, toi, 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 auf Holzklopfen. In dem Fall kann ich das. Das ist noch keine Reparatur. Das Einzige, was mal ausgetauscht wurde, war ein Reifen. Da habe ich irgendwie mal ein Problem mit gehabt. Aber das war nicht der Rede wert. Das war keine richtige Reparatur. Und was ich mir neu geholt habe, ist ein Sattel. Und da bin ich total mit begeistert. Das ist ein super Sattel, der sich gut auf mein Gesäß abgestimmt hat, wie man so schön sagt, hat ein paar Touren gedauert, aber bin mittlerweile sehr, sehr begeistert davon. Was finde ich nicht so gut an dem Rad? Ich habe es gesagt, das mit dem Akku, habe ich eben schon mal gemacht, gehörte eigentlich in die Rubrik negativ, aber es passte eigentlich so gut. Das mit dem Schlüssel ist sicherlich negativ. Dann, das ist aber bei allen Akkus so, wenn ich natürlich dann im volle Unterstützungsmodus bin, Turbo oder Sport, dann frisst der Akku extrem schnell, extrem viel. Auch da würde ich mal in Kürze vielleicht, sogar wenn euch das interessiert, mal so ein paar Tests machen, wie lange er tatsächlich hält im Turbo-Modus. Eine komplette Tour nur im Turbo- oder Sportmodus. Würde mich selbst auch mal interessieren. Das werde ich mit Sicherheit mal machen. Bergauf, klar mit den 60 Nanometern geht mehr, finde ich jetzt aber gar nicht so gut, gar nicht so schlimm. Was vielleicht so ein bisschen negativ ist an den Gepäckträger, blättert so ein bisschen die Farbe ab. Dadurch bedingt, weil ich da entsprechend meine Taschen jedes Mal reinklemme. Ich denke, das ist ein ganz normaler Verschleiß. Also von daher seht ihr so richtig viel Negatives, kann ich gar nicht berichten. Und habe mir zu dem Highbike ja dann diese Tasche geholt an der Stange, die ja für mich Gold wert ist. Gerade weil ich da immer meine GoPro drin habe. Also auch das funktioniert einwandfrei, kann ich nicht drüber klagen. Ansonsten ist eigentlich, kann ich nichts Negatives sagen über das Rad. Und bin total begeistert, was so das erste Jahr angeht. Die Akkukapazität, ja, kann mehr sein. Ich gehe davon aus, wenn ich mir ein neues hole, werde ich auf ein 625er umswitchen. Was nicht das Problem ist von Bosch, würde ich mir ein Ersatzakku holen, die extrem teuer sind. Welcher Barger kriegst du ein halbes E-Bike für ein neues? Das ist sicherlich ein Thema, aber das ist einfach der Zeit geschuldet. Das ist nicht ein Thema von Bosch. Und was ansonsten die Zukunft angeht, was die Marke angeht, kann ich Highbike empfehlen. Aber ich bin da völlig offen. Für mich, und das würde mich mal interessieren, was sind für euch so die wichtigsten Kriterien eines E-Bike-Kaufs? Bei mir war es so, ich habe verschiedene getestet und habe einfach da das beste Gefühl gehabt. Und da war mir dann letztendlich egal, ob es ein Highbike war, ob es eine andere Marke war. Die Parameter waren wichtig. Ich wollte einen Bosch-Motor haben. Ich wollte damals den der dritten Generation haben, die Performance Line 3.0. Ich wollte einen Akku mindestens 500 Watt haben. Damals zur Pandemiezeit und heute ist es nicht anders. Kann man sich das nicht aussuchen? Welche Rahmengröße ist noch vorhanden gewesen? Welches Rad hatte den Akku, den ich wollte? Und das war der Komfort, Sitzkomfort, Akkukapazität. Ich würde auf die Nanometer achten, vielleicht schon auf 70 zu gehen, um einfach für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Und ansonsten Praktikabilität, was Taschen angeht, wenn ich die einhake, dass das wunderbar funktioniert. Mit Kettenschaltung bin ich persönlich mit zufrieden. Andere schwören ja auf Driemen. Habe ich jetzt den Unterschied noch nicht gesehen. Für mich, ich fette sie regelmäßig oder sprühe sie regelmäßig ein, sodass sie nicht austrocknet. Das hört man dann auch, sobald sie trocken ist, macht es Geräusche. Also von daher habe ich da bislang und wie gesagt, das ist jetzt das Fazit nach gut einem Jahr. Kann ich da absolut nichts sagen. Das Letzte, was mir da zu dem Punkt auch einfällt, ist das Licht. Das Lichtsystem ist soweit gut. Es könnte ein wenig heller sein. Also das standardisiert eingebaute Licht ist okay. Aber zum Beispiel das Husqvarna von meiner Frau ist wesentlich heller. Ja, und erst gestern sind wir durch Dunkel gefahren und da ist es nochmal extrem geworden. Das sind schon richtig signifikante Unterschiede. Dadurch, dass ich jetzt nicht so viel im Dunkeln fahre, ist es mir eigentlich egal. Aber auch das wäre ein Thema, wo ich zumindest mal darauf achten würde, wenn ich mir ein neues E-Bike kaufe, dass auch das wunderbar funktioniert. Ja, ansonsten war es das mit meinen Erfahrungen. Mich würde wie gesagt sehr interessieren, worauf ihr achtet, wenn ihr ein E-Bike kauft, beziehungsweise was sind eure Kriterien, ob ein E-Bike oder ihr ein E-Bike als gut erachtet, weniger gut, Federung, habe ich gesagt, alles wunderbar. Also ich kann mich nicht beklagen und freue mich auf eure Kommentare.